ja servus ja freunde zeit für ein neues video heute ist mal ein bisschen was anderes ein bisschen was technisches und zwar werde ich euch heute mal zeigen wie man den green screen einrichtet in eurer streaming software und zwar ohne den green screen zu haben das ist das besondere dran ihr wisst ja ein green screen ist im prinzip dass wir da dass ihr im hintergrund von eurer kamera einfach eine grüne fläche installiert das kann man kaufen das kostet ein bisschen was oder ihr hängt einfach eine grüne decke auf oder sonst irgendwas und das sorgt dann dafür dass ihr über eure streaming software hier ja hintergründe projizieren könnt auf diese grüne fläche das wird ja auch bei filmen viel eingesetzt und so und wie gesagt gibt es aber auch eine möglichkeit das zu tun ohne diesen aufwand und diesen geld aufwand sich zu geben und zwar mache ich das jetzt über die app zoom das ist eine app die im großen und ganzen dafür da ist eigentlich um meetings abzuhalten bei der arbeit zum beispiel oder aber ich habe zum beispiel auch an weihnachten das benutzt um mit meiner familie den leuten die ich nicht treffen konnte virtuell weihnachten zu feiern zum beispiel und ja die die geschichte hier ist kostenlos da müsst ihr euch halt ein account anlegen und das war es dann dann ladet ihr euch die app runter startet sie und dann macht ihr schlicht und ergreifend folgendes ihr geht einfach nur auf neues meeting und jetzt seht ihr hier schon ja meine webcam ist aktiv und ich habe hier so einen hintergrund ausgewählt jetzt könnt ihr hier eben verschiedene sachen machen ihr könnt zum beispiel einfach den hintergrund von eurem zimmer zum beispiel komplett entfernen wenn ihr mal wieder keinen bock hattet aufzuräumen oder so oder aber eben die verschiedensten hintergründe hier projizieren und zwar geht ihr dazu in die einstellungen um eure webcam zu aktivieren geht ihr einfach unter video und wählt ihr eure webcam aus hier gibt es noch so ein paar optionen die hier anpassen könnt aber es funktioniert auch einfach nur so ihr wählt eure webcam aus und gut ist und dann geht ihr auf hintergrund und filter hier sind standardmäßig schon ein paar hinterlegt ihr könnt aber egal welches bild ihr wollt einfach aus dem internet herunterladen und dann hier über bild hinzufügen dann einfach in diese liste hier aufnehmen und dann könnt ihr das einfach auswählen hier da kann man ganz witzige sachen machen keine ahnung so war es oder ihr nehmt das ihr nehmt euch das das wohnzimmer von den simpsons oder irgendwas halt ihr könnt da alles runterladen was ihr wollt oder wie ich es gestern im stream gemacht habe passend zum coh2 thema dieses world war 2 theme völlig egal da könnt ihr alles machen ihr könnt sogar videos hinterlegen die ihr seht ihr es hier sind dann da bewegung drin oder hier dieses ja die rauschende brandung und was weiß ich nicht alles da könnt ihr alles machen das ist echt eine ganz witzige spielerei wenn ihr euren hintergrund komplett entfernen wollten müsst ihr euch erst mal einen grünen hintergrund greenscreen runterladen da gibt ihr einfach bei google ein grüner hintergrund oder so und speichert das oder ihr macht einfach paint auf und macht einen grünen hintergrund und speichert das ich habe mir hier wie ihr seht einfach halt ein grünes bild runtergeladen das wird dann hier hinzugefügt und dann wählt ihr das aus dann geht ihr in eure streaming software lasst euch jetzt nicht irritieren von der geschichte hier und fügt hier eine fensteraufnahme hinzu und wählt hier zoom aus wichtig ist noch ihr müsst hier das hier noch auswählen windows graphics capture ansonsten funktioniert das nicht ansonsten habt ihr einfach nur ein weißes bild genau dann macht ihr einfach okay und das war es dann und dann seht ihr im prinzip schon euer bild eine sache gibt es aber noch und war müsst ihr vorher noch auf eigenschaften gehen nein stimmt gar nicht ihr müsst auf filter gehen und hier einen chroma key hinzufügen um euren hintergrund zu entfernen also wenn ich keinen chroma key habe dann seht ihr einfach nur das grüne bild im hintergrund und der chroma key sorgt dann eben dafür dass euer hintergrund komplett entfernt wird und dann seht ihr hier in dem kästchen hier unten dass der hintergrund jetzt komplett weg ist und ja das ist es eigentlich schon am ende vom tag und wie gesagt könnt ihn entweder komplett entfernen den hintergrund oder euch aber lustige hintergründe hier selber hinzufügen und ja somit habt ihr das ihr seht das ist nicht ganz so gut wie ein richtiger screen green screen also wenn ich mich jetzt hier so viel bewege weit weg geht dann schmackt das so ein bisschen ab weil wenn ihr einfach einigermaßen ruhig vor eurem ähm eurer webcam sitzt dann funktioniert das eigentlich überraschend gut und das finde ich eine ganz coole sache gerade wenn ihr jetzt hier so wie ich beim streamen nur so ein kleines fenster habt wo man euch sieht ähm da sieht man das sowieso nicht so genau da ist auch nicht so schlimm wenn es da mal an den rändern von eurem kopf oder wenn ihr euch da so bewegt wenn man so ein bisschen abspackt das ist dann nicht so schlimm ähm das ist halt wie gesagt der preis den man dafür zahlen muss dass man eben kein geld investieren muss aber ich finde es ist trotzdem ähm eine ziemlich coole sache ja im prinzip war es das schon ähm mehr wollte ich euch gar nicht zeigen äh viele wird das vermutlich nicht interessieren aber ähm für den ein oder anderen der sich gedacht hat ich will vielleicht auch mal streamen oder so oder es vielleicht sogar schon tut äh mag das vielleicht ganz interessant sein und da könnt ihr das ja mal ausprobieren ich werde auch nochmal mit den einstellungen ein bisschen rumprobieren ob man das vielleicht noch so ein bisschen äh optimieren kann irgendwie und ja das war es im prinzip schon ähm mit dem video ich will es jetzt auch nicht länger machen als es ähm nötig ist das nächste video wird sich natürlich wieder mit company 4 2 beschäftigen und ja ich wünsche euch wie immer eine gute zeit noch einen schönen urlaub ähm so ihr denn einen habt äh wir sehen uns auf dem schlachtfeld bis dann bis dann